Paris Hilton feiert mit Paris in Love ihr Reality-TV-Comeback. Die 40-jährige Hotel-Erbin befindet sich gerade inmitten ihrer Vorbereitungen zur Hochzeit mit ihrem verlobten Kater Reum. Die Planungen zur Trauung sowie der große Tag selbst werden nun zum Gegenstand einer neuen Reality-Sendung, die auf dem Streaming-Dienst Peacock ausgestrahlt wird. In Paris in Love ist die internationale Influencerin und eine der begehrtesten Junggesellinnen der Welt endlich bereit. Mit ihrem Traummann vor den Traualtar zu treten, lautet die offizielle Beschreibung der Show, die mit 13 Folgen kommen wird. Den Zuschauern wird eine unterhaltsame und emotionale Achterbahnfahrt versprochen, die vom Brautkleid-Shopping und der Suche nach Paris' Traumlocation bis hin zu einer witzigen und verrückten Junggesellinnen-Party reiche. Außerdem würden Fans eine «persönliche Seite» von Paris zu Gesicht bekommen, die normalerweise nur ihre engsten Freunde und ihre Familie sehen. Die «Simple Life»-Darstellerin selbst bestätigte die News mit einem Twitter-Post. «Ich lade alle zu meiner Hochzeit ein. Guckt bei Peacock vorbei, um eure offizielle Einladung zu bekommen», schrieb sie an ihre Fans gerichtet. «Ich lade alle zu meiner Hochzeit ein. Guckt bei Peacock vorbei, um eure offizielle Einladung zu sehen. Guckt bei Peacock 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 bei Peacock.